Ich muss die ganze Zeit komplett aufziehen. Okay. Als irgendeine Anfluss geknackt bin ich. Ja klar, das hörst du sofort in jemanden. Kommt, ne? Ja. 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 Musik 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 Ich will heute morgen auch nicht so schwer traurig sein, also 1.5 Uhr fehlen, dachte ich, muss ich hier auch öffnen und dann lehnt es sich nicht wirklich. Deshalb finde ich es echt geil, dass ihr hier eigentlich seid. Heiß. Aber geil. Geil, geil. Mmh. 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 Ja. Mmh. Befordert weg. Oh, das ist aber eine normale Scheibe. Macht hauchte, oder? Ja. Mischige Scheibe. Oh, das ist wirklich lecker. Mmh. Und dann... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir hier so ein paar Stöckchen, die rausgucken. Oh Mann. Ich könnte auch nicht die Stöckchen rausgucken lassen. Ja, ich stelle mal drauf. Tu es nicht doch. Hast du nicht gehört? Hast du nicht gehört? Nein. Sag mal eine Bescheid. 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 Ja, zieht gut durch hier. Oh, jetzt komme ich da kaum dran. Eier gibt es auch noch dazu. Ja, wie geil. Eigentlich auch noch Speck. Ja, eigentlich. Bitte ich zu filmen. Warte. Warte, ich hole gerade Gewürze. Ja. Und? Ah. Mach wie du willst. Dein Gesichtsausdruck sagt dann, na, lieber nicht. So früh am Morgen Knoblauch, kann man machen. Okay, danke. dann geht es wieder nach hause er ist immer nie da gewesen ja